Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am 10. April, guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ja, wir haben schon die 93. Folge mittlerweile. Leider werde ich die Woche nicht mehr die 100 quasi voll machen. Die Ehre hat dann der Achim nächste Woche. Ich bin die Woche wieder dran, weil ich nächste Woche auf Urlaub bin und Achim für mich einspringen wird, dankenswetterhalber. Kommen wir zu den Themen heute. Wir haben 10 Themen, also ich habe 10 Themen für euch vorbereitet. Ja, war ein ruhiges Wochenende. Das Wetter war sehr schön. Dementsprechend jetzt nicht die größten News, aber trotz allem möchte ich euch ein bisschen damit updaten, was das Wochenende war. Wir beginnen bei Periscope, gehen zu McLaren, TSMC, Uber, Twitter, Ubuntu, Google und Facebook, Amazon Alexa, Samsung und schließen mit Windows 10. Wir beginnen bei Periscope, da nur eine ganz kurze Meldung, die am Ende letzten Jahres 360-Grad-Broadcasting-Video vorgestellt. Das war allerdings nur für relativ wenige Nutzer verfügbar. Seit Freitag ist das Feature dann aber auch für alle verfügbar, dementsprechend, sofern ihr eine kompatible Kamera habt, könnt ihr ab sofort über Periscope direkt 360-Grad-Videos streamen. Kommen wir zu McLaren, die von Ryan's Saison hat ja mehr oder minder angefangen, am Wochenende war das zweite Rennen jetzt. Und da gibt es eine interessante neue Änderung. McLaren bringt jetzt 3D-Drucker mit. Das liegt vor allem daran, dass man quasi Ersatzteile direkt über den 3D-Drucker ausdrucken möchte und das auch in Zukunft fährt. Aber nicht nur Ersatzteile, wenn was kaputt geht, sondern so auch die Möglichkeit haben möchte, direkt auf neue Entwicklungen quasi reagieren zu können. Bedeutet, wenn die Fabrik irgendwo neue Dinge designt hat, also neue Dinge in Einsatz kommen könnten, muss man die nicht erst groß im Werk produzieren und dann zur formaleinen Strecke schicken quasi, sondern kann die direkt vor Ort ausdrucken und so noch schneller reagieren. Ganz spannendes Thema, finde ich. Wir kommen zu TSMC und die dürften anscheinend aus dem Rennen um die Toshiba-Flash-Sparte ausgeschieden sein. Wir hatten das Thema schon im normalen Geek-Talk. Toshiba verkauft die Herstellung seiner Flash-Speicher quasi. Da sind einige interessante Firmen dabei, die da mitsteigern wollen würden. TSMC ist zumindest mal raus. Foxconn dürfte aktuell der höchste Bieter sein. Jetzt geht es in die zweite Runde. Woher kennt man Foxconn? Das sind zum Beispiel auch die, die die iPhones bauen. Wir kommen zu Uber und Uber hat in Italien einen herben Schlag einstecken müssen. Die müssen sich jetzt aus Italien zurückziehen. Man gab ihnen 10 Tage Zeit, um das Angebot abzudrehen, quasi, wenn sie dem Nicht-Nachkommen zahlen, die pro weiteren Tag, die sie Angebot weiter anbieten, 10.600 Dollar Strafe. Wir kommen zu Twitter und die wehren sich jetzt und vor allem wehren sie sich gegen eine große Institution, nämlich gegen die US-Regierung. Da hat das Department of Homeland Security bei Twitter angefragt und wollte Daten haben von einem Account, der quasi unter dem Logo der Homeland Security ein bisschen auf zynisch die Ereignisse der US-Regierung quasi kommentiert. Und das dürfte den Leuten dort nicht schmecken. Dementsprechend wurde Twitter angefragt, die Notzutaten rauszugeben. Twitter wehrt sich und geht vor Gericht. Im Endeffekt sehen sie, das ist Angriff auf die Meinungsfreiheit. Gute Sache, wehrt euch weiter. Finde ich sehr, sehr gut, dass man sich hier auf die Hinterläufe stellt. Wir kommen zu Ubuntu und bei Ubuntu sieht es leider relativ schlecht aus. Die haben letzte Woche mehr oder minder bekannt gegeben, dass ihre Smartphone-Pläne jetzt endlich eingestellt wurden. Mal ehrlich, wirklich viel rund um Linux auf Smartphones kam ja bisher nicht rum. Firefox OS wurde ja auch eingestellt. Jetzt weiß man allerdings eben auch, dass Ubuntu nicht kommen wird. Und die Mutterfirma Canonical hat dann auch bekannt gegeben, dass 700 Angestellte daran beschäftigt waren und einige davon leider entlassen werden. Das ist natürlich sehr schade. Wir kommen zu Google und Facebook. Und die haben Ende der Woche begonnen, ihren Kampf gegen Fake News quasi zu beginnen. Falschmeldungen nennen sie das dann beide größtenteils. Auf Facebook findet man auch schon die ersten Markierungen, wenn man sich ein bisschen umsieht. Heißt in Zukunft auch die Woche wird es wahrscheinlich dann der ein oder andere bei euch entdecken. Wenn ihr sowas seht, ja, das ist der Beginn dieser Fake News-Debatte quasi oder halt der Umsetzung damit umzugehen. Wir dürfen gespannt sein, wie stark das dann umgreift und vor allem auch, wie stark dann das Ganze quasi Facebook ändern wird. Aber ja, die Pläne, die sie lange hatten, gehen jetzt endlich in Umsetzung. Wir kommen zu Amazon Alexa und da gibt es einige Neuigkeiten rund um die API. Das ist natürlich jetzt vor allem eher für Entwickler spannend, aber auch für den Kunden ändern sich Dinge. So ist es zum Beispiel jetzt in Zukunft möglich, von Hühlampen, von Philips, die Farbe direkt bei Stimme zu ändern. Grundsätzlich geht das schon. Also mit anderen Systemen, mit Homekey zum Beispiel, mache ich das schon lange Zeit, kein Problem. Aber eben, man hat hier auch beim Smart Home Skill von Alexa weiterentwickelt und wird dann da jetzt entsprechend das in Zukunft bald können. In den USA ist es schon möglich. In Deutschland und in der deutschen Sprache quasi wird das noch ein bisschen dauern, aber es wird noch eine Frage der Zeit sein, wie sie das dann auch ins Deutsche übertragen. Vorletzte Meldung zu heute. Willkommen zu Samsung. Die haben eine erste Einschätzung zu den Geschäftsergebnissen abgegeben. Die sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Im Endeffekt geht man davon aus, 8,23 Milliarden Euro als Gewinn zu schreiben, dieses Quartal. Im Endeffekt, ja, nachdem die letzten Zahlen nicht so gut waren, dürfte es erst nach der Vorstellung des Galaxy S8 bergauf gehen, dürfen dann gespannt sein, wie die finalen Zahlen tatsächlich aussehen. Zuletzt kommen wir zu Windows 10. Da gibt es ein kleines neues Feature. Das Creators Update steht ja mittlerweile schon zum Download bereit. Per Update wird es quasi noch nicht ausgeteilt. Ausgeteilt, aber man kann es auf der Seite schon normal, ganz normal runterladen und so upgraden, wenn ihr das schon wollt. Das ist aber nicht die News. Die eher spannende News ist, wenn man mit dem Windows 10 Creators Update einen Computer neu aufsetzt, kann man das in Zukunft auch rein per Sprache machen. Grund, Cortana hat Einzug gehalten, der Sprachassistent von Microsoft. Und man kann quasi per Cortana direkt das ganze System aufsetzen und muss so nicht mehr zu das Tod greifen. Wir sind umständlich, wie immer ist das mit den Sprachassistenten natürlich. Auf der anderen Seite, wir sehen, diese Sprachassistenten greifen um sich und kommen immer mehr und mehr. Das war es schon von der ersten Daily-Ausgabe diese Woche. Eben wie gesagt, ein eher ruhigeres Wochenende. Mal schauen, ob es diese Woche noch ein bisschen anzieht oder ob schon alle im Osterurlaub sind. Ich hoffe, ihr habt Osterurlaub. Und wenn nicht, freue ich mich, euch hoffentlich einen Weg zur Arbeit begleiten zu dürfen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Montag und eine schöne K-Woche. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.